Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Daut! Ich habe es hier in der Wirrolle. Was ist das? Ich habe es schon noch einen kaffee. Ich habe es schon. Miroki. I work here. Cappuccino? Oho! Bye-bye! Was soll das? Was meinst du? Was, was meine ich? Was hat der da zugekommen? Ah, du meinst Rocky? Komm, der hat, natürlich meine ich den Rocky. Immer wenn der auftaucht, bricht ein riesen Chaos aus. Aber der ist doch der beste Baby in ganzer Pristina. Also erstens, ist das hier kein Barbershop, sondern ein Quaffensalon für Frauen. Und zweitens, verspricht du mir fest, dass du mich frei handelst bei der Geschäftsführung und dich nicht einmischest. Das war der Deal! Haben die Händlichen jetzt sprechen, oder? Oder immer, Loni? Ääh. Ah! Los ... Danke. Enjoy. For you. Dumm kann man sein, sich so auf eine Schnapside einzusetzen, hier Geschäftsführer zu werden. Aber das war doch dein Traum. Deinen Salon zu haben. Aber doch nicht so. Melanische. Ah, sag mir bitte nicht mehr so. Melanische, es ist genau wie du sagst. Das werden nur Frauen als Kunde haben. Aber zusätzlich können wir ein wenig weniger Männer bedienen. Und du wirst überhaupt nicht merken, dass er da ist. Versprochen. Schau, wenn das hier funktionieren soll, muss ich dir vertrauen können. Keine komischen Dinge mehr. Keine Entscheidungen ohne mein Einverständnis. Melanische. Wie ich dir versprochen habe. Wir nehmen Isch und Rog eine kleine Ecke. Einen kleinen Stuhl. Einen kleinen Spiegel. Relax. Was soll alles schieflaufen? Es tut mir wirklich schrecklich leid. Darf ich Ihnen einen Gutscheur stellen? Für ein anderes Mal? Das erzähle ich im ganzen Quartier. Bis zum nächsten Mal. Nein, danke. Daud. Das Mami ist richtig hässig auf dich. Ich weiss. Ist das ihr Ernst? Wenn du bis Ende Woche keine Lehrtochter für sie findest, dann mach sie zu. Ich weiss, Junge. Oh, Daud. Heide. Ich weiss. Oh. Oh, ich, ich sie. Oh. Ja. Jetzt bist du da. Oh, ich bin bei Meilen. Ich bin bei uns. 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 Ich habe die E-Massagate. Die haben wir mit dem Prisht. Ich habe die, was du dich? Aber ich bin, du siehst du nicht. Das ist doch ja. Ich gehe. Ich gehe euch, wir sind. Ich gehe euch. Wir sind jetzt in der Zeit, 19. Wir sind ja. Ich habe mich geholfen, ich habe mich mit dem Zeit. Ich bin jetzt hier. Ich kenne, aus mir ... Wer? Merci. Also, wie machen wir das jetzt mit der Lehrtochter? Was passiert? Wie machen wir das mit der Lehrtochter? Was? Ich habe ein Problem. Was ist das Problem? Ich habe eine Frezere. Frezere? Ich habe eine Frezere. Ich habe eine Frezere. Anna, für so eine Talentier wie du bist, bin ich bereit doppelt zu bezahlen? Das ist nett, aber es doppelt te von nichts. Das ist immer noch nicht. Ich meine Ernst. Wasst du? Ich komme! Ich komme! Ich komme! Du bist dann? Ich komme nicht mehr an, denn du bist mir. Du bist zu dir. Ich komme zu dir. Du willst, Du willst du mit den Sternen arbeiten? Wie? Alle Sternen in meiner Salon. Really? Anna, wie oft soll ich dir sagen? Privaten Gespräche gehören nicht im Schaft. Letzte Abmahnung. Do you know Dua? Dua. Dua, Dua? She's my cousin. If you like to work with stars, no problem. Wir haben endlich jemanden gefunden. Ah ja? Und wo ist sie dann? Das ist das letzte Mal, dass ich mich von dir zu etwas überreden lasse. Hast du gehört? Das letzte Mal. Bitte, Dauds. Hör auf immer mit deinen leeren Versprechungen. Und bitte bist du ein einziges Mal realistisch. Tada! Das ist unsere neue Mitarbeiterin, Anna. Anna. Cappuccino? Ja. Nicht du. Hallo? Dann hi mit dir hier. Hey, brummt die Lade schon? Ich hoffe wirklich für dich, dass es brummt, weil... Du darfst beraten. Es ist fällig, mein Freund. Ja, genau. Es brummt. Es brummt überall. Ja, genau die Größe. Was redest du da? Ich glaube, ich nehme noch eine kleine dazu. Du willst nochmal einen Kredit von uns? Ja, wunderbar. Das kannst du vergessen. Vergiss das. Vielen Dank. Hallo? Hallo? Das ist so ein Miststück, Mann. Er hat einfach abgelegt. Da ist wieder einer, der denkt, wir können den Chef auf der Schulter nehmen. Das klappt nicht, Mann. Das sind hier aussen. Das müssen wir bald mit mir besuchen. Ist alles in Ordnung? Ja. Das waren nur die Jungs, die die Spiegel gebracht haben. Ich muss mich noch bei dir entschuldigen. Anna macht wirklich einen netten Eindruck. Und der Haarschnitt ist von ihr. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Ist normal. Ich habe dir versprochen. Und dein mühsamer Freund? Ist der endlich abgereist? Ja, ja. Mach doch keine Sorgen. Alles ist okay. Oho! Melanie! Du hast übergepägt! Tauts! Melanie! WDR 2022